Hallo, ich bin der Dietmar von WEMO 1C Fahrwerke. Ich würde euch gerne heute das FES-Hybrid-Fahrwerk erklären, was für Funktionen das hat, was für Vor- und Nachteile wir da haben und wie es grundsätzlich funktioniert. Wir haben hier ein Fahrwerk FES mit verlängerten Achsschenkeln, 25 mm längere Achsschenke gegenüber der Standardversion. Zusätzlich haben diese Fahrwerke eine dritte Stellung, die sogenannte Startstellung. In der können wir eben die FES-Modelle starten, ohne dass die dieses Nose-Digging haben, dieses auf die Nase gehen. Ich erkläre euch mal, wie es geht. Wir legen das Fahrwerk an der Fernsteuerung auf einen Drei-Wege-Schalter. Hebel ganz von sich weg bedeutet Fahrwerk ausfahren. Das machen wir jetzt mal so. Hebel ganz her heißt Fahrwerk einfahren. Jetzt von der Funktion her ist es so, man hebt mit der linken Hand das Modell an. Mit der rechten Hand legt man die Mittelposition des Drei-Wege-Schalters ein und dann kommt das Fahrwerk ein Stück aus dem Rumpf, aus den Klappen raus. Dann fasst man mit der Hand hin, zieht das Rad nach vorne und jetzt kann man das Modell bereits wieder hinstellen. Bei diesem Vorgang trennt sich dieser Hebel hier in zwei Teile. Der äußere Teil von dem Hebel, der hängt am Server dran. Der innere Teil ist mit dem Fahrwerk an sich verbunden. Beide Teile haben untereinander keine mechanische Verbindung. Diesen Hebel muss man zwingend unbedingt schließen. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Das machen wir, indem wir auf Fahrwerk ausfahren gehen. Jetzt ist das Fahrwerk aber ja bereits draußen, kann ich ein zweites Mal raus. Wenn ich das jetzt mache, fährt das zurück und der Hebel schließt sich. Damit stelle ich die Verbindung zwischen den federnden Druckstücken, diese Kugelrasten und dem Formschluss von dem äußeren Hebel her. Und damit kann ich das Fahrwerk dann wieder raus und rein fahren. Wenn ich das nicht mache, dann kann es passieren, dass wenn hier vorne beim Starten Bewegung in das Fahrwerk reinkommt, dass die Verknijung nicht vorhanden ist und dann klappt das ein. Das wäre bei volldrehendem Motor, wäre das tödlich für den Propeller, für den Motor, da wäre die ganze Schnauze gefährdet. Deswegen, ich sage es deswegen deutlich, sehr wichtige Funktion, verriegeln des Hebels. Haben wir jetzt gemacht. Jetzt haben wir das Rad bei dieser Fahrwerksgröße um 61 Millimeter nach vorne geschoben und wir heben gleichzeitig das Modellloch um 11 Millimeter an. Diese beiden Maße, die variieren je nach Maßstab. Bei einem Fahrwerk in 1 zu 2 haben wir da ganz andere Strecken. Da sind wir schon bei knapp 80 Millimeter weiter vor und bei 14, 15 Millimeter Modellanhebung. Hier sind die Maße jetzt 11 und 61 Millimeter. Wenn man das jetzt anschaut, das Modell steht jetzt beim Start, steht es viel steiler da. Das hier ist der Drehpunkt von dem gesamten Modell, die Radachse. Um diesen Punkt dreht sich das ganze Modell rum und das hat die Neigung, wenn das Rad hinten ist, ist die Neigung, dass das Modell nickt, ist viel größer, als wenn das Rad weit außerhalb vom Schwerpunkt ist. Ein weiterer Vorteil bei dieser Startposition resultiert daraus, dass man beim Starten nicht ständig voll am Höhenruder ziehen muss, um den Schwanz des Modells so lange wie möglich unten zu halten, sondern man kann mit 20, 30 Prozent Höhenruder kann man starten und hat dadurch den Vorteil, dass das Modell voll aussteuerbar ist. Bei vollgezogenem Höhenruder ist es nicht so einfach, weil der Druck vom Höhenruder weggenommen wird und das Seitenruder nur wenig Wirkung zeigt. Das haben wir hier eben nicht. Das ist insbesondere für Anfänger im FES-Bereich sehr vorteilhaft, weil es ein sicheres Startverhalten ermöglicht. Wenn wir jetzt in der Luft sind, dann fahren wir das Fahrwerk ein. Wie man es vom Standardfahrwerk her kennt, wir fahren es aus und wir können jetzt nur in die Landeposition rausfahren. Wir können niemals in die Startposition kommen, weil wir die am Boden nur von Hand einlegen können. Das kann auch nie aus Versehen passieren. Damit wird das sichergestellt. Vom Einstellen des Nullpunkts auf der Mittelposition des Drewegeschalters, da gibt es hier am Hebel eine Spitze drauf, die sieht man hier ganz gut. Wir machen das so. Wir haben hier am Fahrwerk oben zwei eingefräste Markierungen. Da legen wir ein Draht oben drauf und dann stellen wir das so ein, dass die Spitze genau auf diesem Draht steht. Im Endeffekt muss sein, dieser Hebel muss genau senkrecht stehen in der Nullposition des Fahrweges. In dieser Stellung kann ich an den beiden Führungsbeinen, die wir haben, eine Beine für starten, eine Beine für landen, die sind fahrförmig und da kann ich wechseln. Jetzt kann ich die beiden Führungsbeine wechseln. Und das mache ich jetzt in dem Fall von Hand. Dafür muss dieser Hebel gerade stehen. Wir haben da eine gewisse Range drin, fünf Grad hin oder her. Geht es immer noch, aber man sollte sich bemühen, das senkrecht zu stellen. Falls ihr euch gefragt habt, was heißt denn eigentlich FES-Hybrid-Fahrwerk? Was ist ein Hybrid-Fahrwerk? Der Unterschied ist eben, wir haben beim FES die verlängerten Achsschenkel, um auf Betriebshöhe für Propeller zu kommen. Die Hybrid-Fahrwerke, die haben auch die Startposition, haben eben die großen, haben große Vorteile bei Klapptriebwerkseglern mit oben liegendem Antrieb, die fast immer die Neigung haben, auf die Nase zu gehen beim Start. Oder auch bei Impelermodellen, die mit hoher Leistung auch einen oben liegenden Antrieb haben, wo das auch immer wieder vorkommt, dass sie auf die Nase gehen. Das können wir mit den Hybrid-Fahrwerken, mit der Startposition wirkungsvoll unterbinden. Wenn ihr Fragen zum Fahrwerk habt, speziell zu den Hybrid-Fahrwerken, FES-Hybrid und normales Hybrid-Fahrwerk, dann schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an. Ihr findet uns im Internet unter www.vemo-ezfw.de. Dort gibt es ein Kontaktformular. Was ich zu den Hybrid-Fahrwerken, FES-Hybrid-Fahrwerken, explizit noch dazu sagen möchte, wir bieten euch da den Service an. Wir machen eine sogenannte FES-Planung. Da findet ihr auf der Homepage den Schalter. Da klickt ihr drauf, dann findet ihr ein Formular. Da fragen wir vom Rumpf vier Maße ab, die ihr mir abmesst. Dann können wir euch anhand von diesen Daten berechnen, was können wir bei welchem Fahrwerk mit welcher Achsschenkelverlängerung für eine Bodenfreiheit erzeugen. Nutzt diesen Service. Das ist eine einmalige Sache, kostenfrei. Bietet eine tolle Planungssicherheit beim Bestellen. Was brauche ich für einen Motor? Wie groß kann denn eigentlich mein Propeller sein, so dass ich wirklich eigenstartfähig bin, ohne einen Startwagen zu benutzen und dergleichen? Nutzt den Service. Wir machen das sehr gern für euch.